Herzlich willkommen zu 161. Folge Simultanz. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben jetzt sechs Leute zu der Scharscheune geschickt. Ich glaube, da brauchen wir eigentlich notieren. Das gucken wir mal. Und ihr wollt Textil ab nach hier. Du lieferst Textil nach hinten. Es kommt jetzt die Wolle von der Scharscheune hierher. Und es kommt die Wolle von hierher zur Textilfabrik. Das heißt, wir müssen Flax rüber transportieren. Aber wir haben da oben noch welche drin. Aber das ist hier erstmal vollkommen egal. So, das heißt, wir müssen jetzt Flax Zur Textilfabrik hin. Das machen wir mal mit fünf. Und wir müssen Flax beziehungsweise allgemein landwirtschaftliche Güter von da drüben hierher holen. Das heißt, irgendwann solltest du jetzt hier Theoretisch, sobald hier das ganze Gerät drunter ist, Textil anfordern. Wir brauchen fantastisch hier oben aber auch noch Strom. 2300. Okay, das heißt, wir lassen die da drauf und setzen hier noch zwei Bahnhöfe ran. Die werden wahrscheinlich die meiste Zeit oben drin stehen. Aber das ist mir so gesehen erstmal vollkommen egal. Gut, dann haben wir das dran. Gut, dann haben wir das dran. Du fährst zur Schafscheune. Du fährst zur Schafscheune. Und wir fährst ganz normal weiter. Wieso zählt das jetzt schon alles voll? Hier sind gerade Nummer 60. Ja. Komm, Frau Dain. Güterwolle. Und wir fährst nicht nur so ein paar Jahre. Und wir fährst nicht nur ein paar Jahre. Drei. Hau die Macaroni. So, die Schauscheine produziert. Ja, wie gesagt, jetzt könnten wir theoretisch, weil die Textilien kommen ja schon von dort aus. Und wir haben ja schon Möglichkeiten, um nach Darwin reinzufahren. Und zwar im Moment nur mit Kohle. Dann müssen wir mal gucken. Okay, ich muss mal ganz kurz auf Pause machen, ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Für euch war es maximal eine Sekunde. Für mich war es jetzt fast anderthalb Stunden. Jetzt muss ich mal gucken, wo Stecken überlegen sind. Also auf jeden Fall kriegen wir jetzt wieder durch die Schiffekohlen rein. Das geht da jetzt wieder rund. Die Freileitungen. Das ist auch so eine Sache. So, ihr fahrt ja jetzt alle raus und wollt dann... Ihr holt jetzt alle Textilien. So, wie viele Textilien haben wir denn jetzt? 1100 sind da schon. Die Zeugel. Vielen Dank. Genau, wir waren am überlegen, ob wir das Augebett mit an die Textil mit anschließen. Ach, das war... Das war der hier. Da könnte man theoretisch die Textil mit anschließen. So, Flax geht auch bald los. Gut, ihr könnt da nicht reinfahren. Wir müssen jetzt mal ganz kurz schauen, wie das hier jetzt aussieht. Normalerweise müssen wir auf die Kugerei noch mehr draufpacken. Ach, ich bin da bei 4000 knapp. Und die bleiben dann halt irgendwann überall alle stehen. Wie sieht denn das überhaupt aus hier hinten? Du bist auch immer noch voll. Bei das Fernheidskraftwerk hier. Das fordert auch schon wieder an. Öl ist voll, aber Koks ist da auch voll. Wir sollten jetzt auf jeden Fall irgendetwas machen, was jetzt... Ich sag mal, uns mal ordentlich Geld reinbringt. Und was wir unter Umständen schon haben. So, die würden wir brauchen, Maschinenautos. So, ihr braucht Stahl und Bretter. Hätten wir beides da. Theoretisch, die Kfz-Fabrik, Bauchstahl, Bretter, Benzin. Benzin müssen wir machen, Öl hätten wir schon. Okay, also das heißt, wir brauchen hier... Wir brauchen hier auf alle Fälle Proben dran, dass du hier definitiv noch mehr herstellst. Das ist ganz, ganz wichtig. Achso. Da müssen wir hier nochmal... Ein tiefer... Bis nach dorthin... Von dort aus... Gehen wir noch dort... Von dort... Von dort... Von dort... Gehen wir noch da hin... Zag, 872. Doppelt so viel. Dann kommt nämlich auch mal wieder mehr Eisenherz und mehr... Kohle... Und Schrott läuft ja so oder so. Wobei das mit den Schrottplätzen... In Belinda... Hier relativ gut klappt. Die haben da auch immer so noch liegen, aber mit den Schrottplätzen... Tonie... Das war nicht Tonie, das war Red Revis. Da klappt es definitiv noch nicht. Aber es gibt auch nix... Aber es gibt auch nix... Ich sage mal... Für... Für... Schüttgut... Bisher... Nix vernünftiges... Schrecklich ist natürlich auch relativ lang... Und wir sind ja auch relativ nah am Betriebsgewinn... Hier fahren immer noch Züge raus... Aber hier oben ist ja auch nix... Wenn man dann natürlich anfangen... Das geht alles zur Fahrzeug- und Haushaltsartikel... Das geht alles zur Fahrzeug- und Haushaltsartikel... Die Schrottplätze könnten wir nochmal mit Strom... Äh... Mit Strom machen... Ist das jetzt zum Beispiel der Markt... Der verbraucht ja wirklich 1100... Wenn der jetzt Strom bekommen würde... Dann geht er tatsächlich auch nochmal hoch... Auf 1400... Hmm... Trifang... Kruckenberg... Schienenfahrzeug... Schienenfahrzeug... Kruckenberg... Mitte... Ist das vielleicht eine S-Bahn oder sowas... Was soll denn das immer sein... Kruckenberg... Da ist er... 160... Nimmt 100 Leute mit... Ah... und hier ist auch die DR-235... Aber wir hätten irgendwo... Irgendwo haben wir hier... Flugzeug hingebohrt... Aber ich weiß nicht wo... Irgendwo haben wir jetzt mal ganz kurz hier... Zug auch mal rein... Post... 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 30 Passagiere... Kühlwaren... Post... Stückgut... Wir müssen uns jetzt irgendwas einfachen lassen... So, da hinten ist die Raffnerie. Wir nehmen die Raffnerie. Und dann haben wir definitiv auch die 100 Millionen Schulden erreicht. Wir nehmen die Raffnerie. Die können wir dann auch gleich in den Betrieb einpacken. Moment, wir wollen ja da rein basteln und du bekommst auch gleich einen Stromanschluss hier hin. Aber dann kannst du nämlich hier rein säuberlich die ganze Geschichte dann da reinpacken. Noch auf eine Reihe. So, da werden wir jetzt aber auch nur noch hier vorne die Schienen fertig legen. Und dann soll es das gewesen sein mit der Folge. So, zack, Schienen liegen. Signal liegen auch. Strom ist auch da. Aber noch keine Oberleitung. So, dann steht die Raffnerie. Ich kenne mich fürs Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und tschüss.